Klassisch cooles Design und die maximale Auswahl an Musikquellen. Das bietet das DIR 3600 MBT von Hama. Zwei Breitband-Lautsprecher und ein integrierter Subwoofer sorgen dabei für insgesamt 70 Watt satten Sound. Ob Internetradio, DAB+, klassisches FM-Radio, hier bleiben keine Wünsche offen. Trotz großer Auswahl ist die Bedienung ganz leicht. Sie steuern das Radio direkt am Gerät oder Sie nutzen bequem die praktische Fernbedienung. Mithilfe der Undock-App machen Sie sogar Ihr Smartphone oder Tablet zur Steuerzentrale. Dank Multiroom-Feature verbinden Sie mehrere Geräte in verschiedenen Räumen und spielen überall gleichzeitig Ihre Musik ab. Bis zu 30 Lieblingssender speichern Sie in Ihrer Favoritenliste ab. Spotify spielen Sie über das Radio ab, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Reicht das nicht an Musikauswahl, greifen Sie über LAN, WLAN oder USB auf Files im Netzwerk oder auf externen Speichern zu. Lässiges Lounge-Feeling kommt dank der blauen LED-Beleuchtung auf. Warum sich entscheiden, wenn Sie alles haben können? Das DIR 3600 ist ein echter Alleskönner. Genau das, was Sie suchen. slide 2200 ist ein echter Alleskönner. Das DIR 3600 ist ein echter Alleskönner. vom Pluto